Erstmal ein bisschen nachladen. Erinnert mich grad so ein bisschen an Hitman. Nur ohne Hitman. Steht da einer mit großem Kopf? Ne, das war ein Stuhl. Wir haben das Feuer. Wir haben das Feuer. Das ist wie dann hier. Da steht doch einer. Da stand doch einer. Grapp. Hätten wir nicht den Fahrstuhl nehmen können. Das ist ja cool. Hi Dude. Na los, mach die Tür. Bam. Checkt. Ich geh mal lieber nicht so weit vor. Ach der... Der macht keine Wäckschen mehr. Au. Pam. Den hat zerrissen glaube ich. Zumindest untenrum. Ja natürlich nicht. Er steht dann auch. Ja. Kommt alle in a row. Kein Problem. Das spart Munition. Macht die Tür auf. Wenn man keinen Schlüssel dabei hat. Einfach durch die Scheibe. Das arme Bürogebäude ey. Das kannst du hinterher aber einmodden. Ich geh auch mit euch hier runter. Okay. Boah der Boden ist aber spiegelnd hier. Hoho. Alter Schwede. Aufpasst das wenn nicht ausrutscht würde ich sagen. Und irgendwie nicht ganz realistisch gehalten weil... Naja. Egal. Wer seht obendor. Eins. Zwei. Vier. Capture. Ja. Lauf doch. Ach ich lauf einfach ne. Ist mir doch egal. Äh. Äh. Verflucht. Haha. Scheiße. Ja. Okay. Dann eben nicht. Keine Tipps und Tricks heute für den Awesome Dude. Eins. Zwei. Fünf. Au. So. Versuchen wir es nochmal. Capture. Boah. Hä. Ist der weggelaufen? Wie soll man den denn? Keine Zeit zum nachladen. Moose. Move. Mach die Tür auf. Ja nu. Warum kann er die Tür aufmachen? Aber ich nicht. Das ist doch schwer hier. Gleichberechtigung und so. Kollege. Oh. Was jetzt? Wir müssen auf dem Radius zu halten. Er ist in der Stadion. Oh. 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 Wer bist du denn schon wieder hier? Wo kommst du denn her? E. Oh. Ich drück sowas von E. Oh. Ja. Also ganz ehrlich. Das klingt aber jetzt grad ein bisschen flott. Naja. Ein hoch auf die Gasmaske. Vladimir pass auf! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, viel zu viel! Police surrender now! Oh nein! Na, da hast du aber Glück im Unglück gehabt, Kollege! Aber sowas von? Wait, by the door! Ja, ich kann doch nicht, ich kann nicht! Warte! Kannst du ihn sehen? Ah, ja, da ist er! Was soll ich hier tun jetzt? Follow, achso. Oh, 18 FPS hier! Dabei! Ich weiß doch gar nicht, ob wen ich hier schießen soll! Bablu! Nein! Cinema! Ich würde jetzt gerne ins Cinema gehen! Boah, Polizisten abschießen, da halte ich nicht so viel von, muss ich sagen. Was? Polizisten! Polizisten! Fire and move! Nein, 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 nein! Nein, nein! Das ist... Hmmmm... Gut, auf in die nächste Runde. Polizei! Polizei! Granate! Granate! Gutzwarte! Gutzwarte! Boom! Ich mach hier wieder ein bisschen Robben. Ist vorsichtiger, ist gefährlicher. Ein Schuss, nicht nach Land. Bam, 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 bam. Äh. Jups. Jups, dabei, heavy police. Go, it's clear. Äh, ich seh hier nur bluten Ränder. Ohoho, scheiße, was ist da los? Goddamn. Move. MG? Wo ist da der MG? Wo ist da der MG? Pimmel, Alter. Ich soll einen Typen captchern, der hier irgendwie auch die ganze Zeit auf uns wartet? Oh. Fuuuck. Oh, ist das fett, ey. Ich kann fliegen. Ohoho, das sieht nicht gut aus. Den kommt da was aus deinem Brustkörper hier. Wie heißt denn das? Brustkorb. Mit einem Bolz, einem, äh, Brustkorb gehe ich noch lange nicht nach Hause hier. Komm, der lebt doch noch. Der macht das noch. Der steht gleich wieder auf und dann geht er richtig ab. Ach, Mann, ey, Wladimir. Du wolltest doch noch ein Trinken gehen, denke ich. Okay. Dafür wird er andere büßen. Ich werde ihm jedes Haar einzeln rausziehen. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach durchlaufen soll. Das macht es aber spannend. Lass mich drüber. Ich werfe hier einfach eine Granate zu. Ich habe keine Granate mehr. Scheiße. Okay, dann laufe ich einfach weiter. La la la, an den Kugeln vorbei. Ihr trefft mich sowieso nicht. Na, wenn da nicht mal gleich einer aus Versehen vor den Zug fällt, ey. Ganz ungeskriptet. Hä? Was? 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 Da fug? You can carry to primary level. Okay. Nochmal. So, aufpassen jetzt. E. Linke Maustaste. Space. Space. Ja. Ja. Ja, genau. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Der Teufel ist da los! Thumbelrun Ich kenn nur Thunder in Paradise. Und das war mal eine Serie mit Hulk Hogan. Und so einem tollen, lustigen Boot. Wann war das? Vor 10 Stunden. 80.000 Toten. Explosionsort war die Euronext-Börse. Wie fühlt sich das an? Glauben Sie etwa, ich wollte das? Ihr Regierungsspitze seid echt noch kranker, als euch nachgesagt wird. Ich will verhindern, dass das gleich in New York passiert. Wer, glauben Sie, hat das getan, Sergeant? Die PLR und Solomon. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben Dima zur gleichen Zeit im Land aufgegriffen. Wissen Sie, wonach das aussieht? Dima wollte es verhindern. Diese Bombe in Paris muss eine der fehlenden gewesen sein. Schwachsinn! Und dann? Hätten Sie sich trotzdem geschehen lassen? Sergeant. Denken Sie doch mal zurück. An die Bank. Sie sagten, die Pariser Bombe hätte was mit der Bank zu tun. Echt Dima. Unmöglich. Ich warte. Ja, dann warte mal lang, Kollege. Anvil 3, Teil der Charlie-Kompanie. Erste Panzer. Sie kamen, um uns zu holen. Miller kamen, um uns zu holen. Oh mein Gott! Ein Dinosaurier will uns fressen! Ja, aber ich denke, an dieser Stelle machen wir einfach dann das nächste Mal weiter. Doch, das passt. Genau. Ich beende dann die Aufnahme und sage Tschüss, bis zur nächsten Aufnahme. Wir sehen uns. Macht's gut. Haut rein. Bis dann.